Gefühle sind die größten Abenteuer. Super, mega. Begleiten sie Menschen durch Glück. Das Kribbeln ist halt auch wieder da. Durch Leid. Wein ist eigentlich das Beste, was es gibt. Und durch ihre größten Herausforderungen. Ich bin schwanger. Und jetzt starten wir durch. Das sind ja Gefühle, die kann man nicht beschreiben. Pures Leben. Die neue Reportagereihe. Montags bis freitags um 10 Uhr in Sat.1.